Jo Leute, was geht? Willkommen zu Alt F4. Ich hatte eine Umfrage auf YouTube gemacht, ob ihr die Highlights sehen wollt. Und hier sind die Highlights aus dem Stream. Wenn ihr mal im Stream dabei sein wollt, gerne mal Twitch abchecken. Und wir starten jetzt rein in Alt F4. Hä? Hä? Er wirft... Er wirft Hühnchen. Was ist das denn? Okay, aber man kann springen. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Okay, hier kann man die Kamera auf First Person machen. Okay, let's go. Ich glaube, dann haben wir es. Gebeck! Gebeck! Ich werde verfolgt. Oh mein Gott, noch einer. Alter, noch einer! Da sind voll viele. Da sind voll viele. Nein! Steh auf! Was wollen die alle von mir? Au! Alter, ich blute. Aua! Und ich konnte eben auch irgendwie so eine komische Rolle machen. It was at this moment that he knew. He fucked up. Aaaaaah! Hello there! Äh, also... Okay, Leute, wir kommen rein. Aber ich als alter Speedrun-Profi, alter Speedrun-Loo, Speedlu, nennt man mich auch, das kriegen wir hin. Das ist ein Klacks für mich hier alles. Machen wir hier direkt die Abkürzung übers Häuschen. Ich weiß nicht, wo dieser eine Typ jetzt... Ach, der ist das! Aha, aha, der kommt auch nicht... Oha, oha! Kann man den irgendwie killen oder so? Hat der mich hier reingeglitscht? Ey, man wird ein bisschen irre von der Musik, ne? Die Musik ist auf lange Sicht Horror. Geil! Auf den da? Und dann über die Dächer? Wäre doch auch eine Idee, oder? Der ist auch ein bisschen höher. Wenn ich jetzt... Ah, der ist auch viel schneller hoch, runter und so. Vielleicht gehe ich über den und nicht über den. Wui! Ha! Easy! Wui! Bam! Und hier bin ich safe. Können wir uns hier erstmal angucken, was hier abgeht. Vorne geht es anscheinend ins Schloss. Ah, das ist ein Portal. Wenn ich jetzt tope, bin ich sauer. Oh, oh, da ist nochmal so ein Ding. Da habe ich nichts mit am Hut. Ich will ins Portal. Lass mich ins Portal! Hä? Einfach. Er ist doch einfach für mich, Leute. Oh! Was ist das denn für ein Unsinn? Safe? Ach, wenn ich das vielleicht abballere, dann bin ich safe. Hallo. Hallo, Tatja. Was, was? Was ist das denn? Ich muss auf das Flugzeug springen, ne? Sehe ich das richtig? Denen geht es ja gar nicht gut. Ah, da stehe mal auf mit dem Kopf. Der steht, liegt einfach. Hat keinen Bock mehr. Wenn es klappt, fühlt sich es richtig gut an, Leute. Easy. Oh, wer hat die Musik vermisst. Die fängt am Anfang so an wie Heidi. Für euch auf YouTube, ich zeige, obwohl vielleicht irgendwie Copyright Strike, aber am Anfang fängt die an wie Heidi. Wenn ich jetzt hier gegen... Au. Aha! Das hätte ich vielleicht viel mehr benutzen müssen. Skoppel, wie schlage ich mich? Das ist doch... Ich bin gut, ne? Oh, oh. Guck mal, da geht's auch lang. Vielleicht will ich auch da lang. Ah! Guck mal, man kann die Dinger hier auch einsammeln. Kriegt man Items. Ja gut, das habe ich halt ganz... Am Anfang vergessen, ne? Verkackt. Will ich da rein? Durch das Leben. Duh, da, da, der. Duh, da, 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 da. Hm. der alte mario runner ich sag es euch oh man kriegt da übles momentum oder so asterix musik könnte das auch sein so da oben solchen home inside das doch ja easy für mich für mich hier wie herkules aber nur das bein ich lebe noch wo geht es aber jetzt über die dächer wir haben nicht umsonst immer folge ist gespielt ne folger ist hat mich gelehrt ich bin abballern weil ich ja nicht bekommen herr will ich überhaupt hin sie gar nicht so will ich hier hin da außenrum vielleicht nein stehe bitte auf mein freund nein gibt es hier was ich weiß gar nicht wo ich hier lang muss hier außen entlang ne ich glaube ich muss da rein safe ich will treffen trifft das ding doch nein ach fuck ich versuche mal direkt dahin zu springen na a a a a a a a hier geblieben hier geblieben so weit so gut die 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 Äh, was sollte ich da machen? Ach, äh, was? Was? Die Speicherballons tauchen, was stand da? Hat dir irgendjemand gelesen, was da stand? Da war irgendwas mit Speicherballons. Alter, ich habe noch nicht einmal einen Speicherballon benutzt. Ich spiele hier richtig... Ich mache mir das Game sogar noch schwerer. Ich spiele ohne Speicherballons. Triff, triff, triff doch. Wie soll ich denn kriegen? Nein! Huh? Auf R2s Item und Rolle. Auf R2s Item und Rolle. Beide Items verbraten. Ich brauche auf jeden Fall das Hühnchen da oben. Es gibt anscheinend da ein Item, womit man sich überall einen Safe-Spot machen kann. Das sagt einem das Game halt auch nicht, ne? Nein! Und hier wurde ich auch nie getroffen. Steh auf! Nein! Steh auf, steh auf! Du hast noch Energie. Das ist nur eine Fleischwunde! Nein! Oh, das ist nur ein Katzer. Da ist noch eine Truhe! Gib mir die Truhe! Mach den Scheiß auf! Was auch immer das ist! Ich setz mal ein! Ich weiß gar nicht, wo ich hin will! Will ich hier lang? Warum muss ich da runter? Ey, wie soll ich denn um die Ecke springen? Ich habe keine Ahnung, wo ich lang will. Ich gehe mal runter. Hoch geht's nicht! Hoch geht's nicht! Ja, rette mich! Abgezogen! So, wo muss ich lang? Muss ich da hoch oder wie oder was? Bam, save erst mal hier! Gedöns hier! Ich muss mal den Save-Spot hier sichern! So, aber wo muss ich gleich lang? Ich check das nicht! Also, das checke ich wohl noch hier, aber... Ich check das nicht! Ich check das nicht! Ihr habt auch keine Ahnung, ne? Also, das muss doch hier... Also, das muss doch hier... Hier... Das... Das... Das Holzding geht halt nicht runter! Ey, muss ich mich von unten hochballern lassen? Das kann sein! Hühnchen! Hühnchen! Scheiße! Was war das nochmal? Und jetzt? Ich war soweit! Endlich! Sind wir mal wieder ein Stückchen weiter! Oh! Fühlt sich das gut an! Endlich mal wieder ein Stückchen weiter, Leute! End... Oh, noch ein Item! Das nehmen wir aber! Das nehmen wir aber! Ich weiß nicht, was ich jetzt hier hab! Ah! Ah! Scheiße! Das war dumm! Bleiben die jetzt oben? Ne, die hauen wieder ab! Oh! Bisschen was abballern hier! So, wir haben auf jeden Fall den Propeller als... Äh... Als Hilfe! Das war, glaub ich, ein Schildwurf! So, genau! Ich muss erst mal da rüber! Alter, ich trau mich nicht! Kann ich auf das Ding drauf? Kann ich! Hohoho! Wie weit wir sind! Gibt's da unten was drin? Soll ich da reingehe? Meinst ihr, es lohnt sich? Bababa! Hab! 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 Als... Alter, kommen wir nicht alle zu mir. Nein. Oh, nimm das! Nein! Wir wären safe gewesen. Springe ich da rüber? Das sieht irgendwie nicht richtig aus hier. Ich versuche es mal, aber es sieht nicht richtig aus. Oh! Aber wir haben ja auch noch den... Propeller! Easy. Propeller zünden. Hey, erstmal Ruhe. Wo muss ich lang? Wo muss ich hin? Über das Dach und dann da hoch? Oder auf die andere Seite? Darüber sieht doch besser aus, oder? Alter Schwede, was sind das für Sprünge? Was sind das für Sprünge hier? Ich denke mal eher hier lang, oder? Da oben ist doch das Portal. Klar müssen wir hier lang. Let's go! Ich war so weit! Ich war so weit! Ich habe kurz überlegt, den Propeller zu zünden. Ey, ich bin hier. Zweimal Propeller. Es kann gar nichts verschieben. Nein! Halt! Halt doch einfach deine Schnauze, André. Super Jump ist das, ne? Super Jump ist auch gut. So, das hier war nicht so schwer. Das war eigentlich eine safe Sache. Einfach rechts lang. Easy peasy, lemon squeezy. So, jetzt bis da hinten hin. Das war ja auch... Oh, hier ist ein Safe State, ne? Geschafft! Gib mir den Safe. Der schmeckt. So, Leute. Jetzt konzentriert euch mal. Jetzt wird hier konzentriert. Alle Ruhe. Jetzt wird hier nicht mehr gequatscht. Scheiße. Scheiße. Muss ich echt auf den mittleren Stamm da? Ich werde es versuchen. Ich habe dann... Zur Not habe ich noch den... Der Profi! Ich habe es immer gesagt, dass ich ein Profi bin. Glaubt mir nur nie. Nie glaubt er mir. Jetzt weiß ich nur nicht, wo ich lang muss. Wo muss ich lang? Auf den anderen Stamm hier? Das kriege ich doch hin. Das ist doch ein Klacks für mich. Ich bin halt einfach ein Profi. Also wahrscheinlich muss ich auf... Da sind Eier! Zerstört! He hee hee! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hilfe! Hier, nimm einen Huhn. Schmeckt meine Hühner. Hä? Wie soll ich denn an denen vorbeikommen? Ach, nööööö. Einfach der Profi. Erzählt's mir doch. Sag's mir doch einfach, dass ich der Profi bin. Bitte. Sag's mir doch einfach. Also die Eier lasse ich mir jetzt mal in Ruhe. Mit den Eiern haben wir nichts am Hut. Mit den Eiern wollen wir nichts zu tun haben. So, wie komme ich da rüber? Wahrscheinlich von dem Pfeiler aus, ne? Ne. Ja, das waren die Highlights Leute. Lasst gerne ein Like auf dem Video da und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.